Heute möchte ich dir zeigen, wie du Rührei ganz schnell in Muffinform einfach zubereitest und dann zum Meal Prep mitnehmen kannst. Zunächst gibst du die Eier in eine Schale und würzt sie dann nach Belieben und verrührst sie im Anschluss, als würdest du ein normales Rührei machen. Anschließend kannst du entweder eine Muffinform mit Öl ausstreichen oder so wie ich hier mit Backpapier auslegen. Wie du deine Muffins füllen möchtest, bleibt ganz dir überlassen. Das kann entweder vegetarisch sein oder auch mit etwas Fleisch. Achte einfach darauf, dass die Zutaten am Boden sind und das Ei dann oben drauf kommt. Verteile das Ei gleichmäßig auf die Muffinformen, nimm da ruhig eine Waage zur Hilfe, dann noch etwas Schnittlauch und Frühlingszwiebeln oben drauf und dann geht es auch schon für 20 bis 25 Minuten ab in den Ofen. Fertig. Folge uns für mehr Rezepte und Ideen.